Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier beim Fahrzeugquiz bei Gran Turismo Sport. Ja, testet euer Wissen, ob ihr jede Automarke erkennt. Ich werde eine Runde auf der Nordschleife hier diese Touristenvariante fahren und ihr müsst erraten, welches Fahrzeug gerade zu sehen ist. 50 Fahrzeuge werde ich euch präsentieren. Ein Punkt ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt wisst, das ist ein VW und den zweiten Punkt, wenn ihr noch wisst, dass es ein VW Beetle ist. Ja, also pro Fahrzeug 2 Punkte, 50 Fahrzeuge sind es, also 100 Punkte könnt ihr erreichen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß hier beim Quiz. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.